Moin Leute und herzlich willkommen. Ja, okay, mach du. Ja, ich mach du. Also, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei SnowRunner. Ja, der liebe Louis ist auch wieder dabei hier, ne? Ja, warte mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz. Und wir sind immer noch bei dem Auftrag von der letzten Folge. Aber der wird diese Folge safe beendet. Auf jeden Fall, der, wenn jetzt nicht beendet wird, dann weiß ich auch nicht. Ich fahr mal Abkürzung oder so. Jetzt kippe ich safe um. Ne, ne. Ah, okay, geht. Du gehst eigentlich der Weg, wo ich was war. Ähm. Warte, ich. Ähm. Ähm, ja gut, ne? Ähm, ja wow, ich... Bisschen kann es sein, dass ich hier ein bisschen häng... Hast du einen Schnorchen verbaut? Nö. Oh, Karma. Kannst du mir mal helfen hier? Ich häng hier dezent in den Baum. Ich muss erstmal wieder den Weg finden. Und hab keine Windenbunde. Und hab keine Windenbunde. Dieser Bau, ne? Hat die man mit Kettenzähl dabei? Echt nicht. Ja, ich bin hier richtig verkeilt. Warte mal, ich zieh dir einfach am Baum vorbeigern. Nee, das geht nicht. Du musst so oben rum irgendwie. Kommst du vorbei? Oben, 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 oben. Jetzt fahr, 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 fahr. Warte, 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 warte. Ja, jetzt fahr, 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 fahr. Gibt Gumi. Ich komm nicht weiter. Ja. Erstes Bummen ist fertig. Du hängst an. Was an denn? Hä, wo hänge ich denn noch? Nee, du musst oben rum. Siehst du nicht, der Baum, das geht nicht. Ich zieh dich mal in der Mitte einfach durch, wenn ich hochkomme. Nee, 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 bitte mach das nicht. Ich muss erst mal wieder hochkommen. Ich häng hier ein bisschen im Wasser. Also vorwärts kannst du mit den Dingen echt fahren, ne, aber wie kurz. Ich häng mich vor der Tür an. Kommst die nicht weg. Ich hab schon eine Idee, was bleibt mal so stehen, bitte. Ja, 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 ja. Komm, komm, komm. Bist du mich eigentlich verarsen? Was kann ich dir führen? Wo müssen wir jetzt hin? Ja, genau, ne? Nein, gerade auch so. Also jetzt geht wenigstens Gas hier, ne? Ja, ähm. Ja, klar. Und dann nicht durchkommend die Schlingels. So, mal ganz kurz eine Nachricht noch an meinen. An den Freunden nicht gestiegen. Deswegen, ähm, war ich auch mal kurz gestehen. Geh, stehen geblieben. Ja, Deutsch ist am Start. Nicht. Nicht. Danke. Scheiße. Wie ist es? Ah, so ein Mini-Baum, Alter, ne? Das Spiel macht übel Sinn. Scheiße, ja. Kommt, zieht den Traum, der Lüchse. Geil. Oha. Ey, der muss aber auch fahren, ey. Zwei Sekunden drin. Pass mal auf, wenn du da drin hängst. Nö, aber ich häng nur bis wo. Fahr mir eigentlich richtig? Keine Ahnung. Ja. Ja, na, geradeaus. Dann auf der rechten Seite irgendwie, um die Falle. Ah, das war jetzt auch gerade eine Todesstelle da hinten, echt, ey. Ja, wow. Nur ein Motorschaden. Ja, wow. Ey, schaut mal Leute, ne? Ja, eigentlich wäre der Jakob mein Supporter, ne? Und ich muss mich jetzt selber durchkämpfen, ey. Das ist echt... Ey, wenn du nix sagst. Wie soll ich denn wissen, dass du hängst? Ne, ich häng ja nicht, aber einfach mal anhängen. Ja, wow. Schaut Leute, hier wird man richtig... Das ist echt... Ey, das ist nicht immer, den zu fassen, Alter. Ne, passt schon, passt schon. Geh weg, geh weg. Okay. Ne, jetzt, jetzt hab ich keine Lust mehr. Ne, jetzt reicht's mir auch mal, ne? Ja, so geht es ja nicht. Ja, aber sieht zum Kulärdekar. Ha? Lüks. Tag, du klammer, was er Kulärdekar ist, Alter. Tryk mal besser auf Gras, danke. Ja, ich merke mal, dass wenn du, das hier, ich kann mal sehen, so ist, äh, so ist das, ne? Mir geht's genauso mit dir. Also manchmal. Ein Spaß. Warum? Ich bin zurzeit eher, weil ich immer wegfahre. Du musst mir überhaupt... Wofür fühlst du mich hier überhaupt hin? Ert zu fahren? Ja, alles klar. Morgen ist der Osa, hast du da? Ja, wir sind bei der Form, nur zum Beispiel. Das ist so zimpfig. Alter, was ist das für fahren? Es gibt's ja, äh, in Alice gibt's sowas aber auch mit, ne? Ja, gut, vielleicht auch nur Russland, aber... Eigentlich musst du nicht mal so fahren wie ich. Ja, krass. Von den Berg oder zurückfahren? Nein, mit dem Anhänger bin ich halt an den Augen legen, weil ich hab im Moment dann viel Geld und so, und deswegen, ja, weiß ich nicht. Natürlich, schau mal, wie lang der Weg ist. Und da weißt du was, du kannst mir dann einfach einen Anhänger kaufen, dann, wenn ich kein Geld mehr hätte. Ja, theoretisch, ja. Ja, dann tun wir uns dann gleich behergen. Oder warte, wie weit ist es, wie weit ist es dann zur Werkstatt? Wisst ihr die? Wo ist die Werkstatt komplett hinten, vergiss es. Loli, finde ich in der Werkstatt. Ach, da unten. Ähm, aber jetzt würde ich mal vorschlagen, dass wir vielleicht... Oder was, was kann man jetzt noch für eine Mission machen? Puh, warte, ich verlust mal wieder kurz. Kannst auch kurz, wenn du wirst. Was, was? Ich schau mal kurz. Okay, da müssen wir aufs Zimmer kurz, das geht nicht, da auch. Vielleicht hast du wieder so einen ähnlichen Auftrag, wo wir gerade gemacht haben. Weil da brauche ich eigentlich nur, äh, sowas, wo es sich jetzt hat. Da brauchen wir ja keine Zeit aufliegen. Schmutzige Taten, Lieferung, also wir bräuchten viermal Ölfässer. Und wo müssen die alle am gleichen Ort aufkladen werden oder woanders? Alle am selben Ort aufladen und hinliefern wieder Farm ins Dorf und an die Fabrik. Also ich würde dann, obwohl wenn wir uns auf den, warte mal kurz. Aber da machst du, da kannst du jetzt mal bitte, äh, Dings machen. Äh, ich hab ne Idee. Wenn wir uns auf beide, Trax, äh, diesen Pritschen, äh, Pritschen, ja, Pritschen aufbau bauen. Ähm, und dann, weil da hat ja jeder zwei Punkte. Und wir müssen vier fahren, also wird es passen. Man brauchen ja keinen Tank halt nicht. Ja, aber da können wir doch auch den Pritschenwagen nehmen. Äh, Pritschenwagen? Ja, würde auch gehen. Ich nehme mal den Pritschenwagen. Aber ich nehme trotzdem mal den Pritschenaufbau. Ich finde es besser. Ich baue mal den Schnorcheln. Ach so, ich wollte ja noch was gucken. Individualisierungen, gibt es nur den klassischen Motor. Getriebe, es ist gleicher Standard. Was gibt's denn bei den Reifen? Gibt's irgendwas besonderes? Nö, ne. Und wenn, äh, gibt's auch nix. Es hat's gerade auch nix. Schnorcheln. Jetzt machen wir mal den... ...Diger, weil ich guck, der hat ja was. Was machst du grad? Äh, tust du du schon losfahren oder was? Oder nee? Nö, noch nicht. Ich arbeite grad bisher noch mal ein... Was ist denn das Bessere, Getschiebel? Ja, mach mal das. Also, ich bin draußen. Ja, okay. Aber warte mal bitte noch kurz. Für den Tiger gibt's so übel, fette, riesige Schlappen. Ich suche ihn jetzt einmal. Beim Bahnhof brauchen wir die Unfässer. Ich hole mal welche. Ja. Aber ich muss die Verfolgung noch starten. Aber ich muss den erst mal noch annehmen. Äh, dö, 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 dö. Hör mal, was ist der? Ich muss die getragen. So, wo bist denn du grad? Da. So. Sind wir eigentlich noch in der Folge? Ja, ja, klar. Ja, Morin. Jetzt hast du endlich mal umlackiert. Wow. Hey, warum hast du jetzt den Aufbau genommen? Naja, egal. Weil ich das vielleicht besser finde, wenn wir da wieder an den Farmdingen da sind, an den Hang, dass es vielleicht in den Grunde kippt. Ja, hm. Jetzt egal. Kann sie eigentlich nicht, weil sie mit Spankurne dazu gesichert ist. Ja. Oh, ich ne, 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 abkürzungen. Wartest du mal bitte schnell beim Aufladen? Ich lad nur auf und dann warte ich. Kann man da eigentlich Dingsbums aufladen? Ja ne? Muss. Ja, Ölfässer. Ölfässer, eins, zwei, also ich hab zwei drauf. Muss ich auch nur noch zwei? Okay, pass. Also ich lad bei der Fabrikerlaub. Ne, ich. Alter. Ne, das sehen wir dann. Ist doch scheißegal. Ja. Gibt es eigentlich einen Anhänger mit Kofferaufbau? Ja. Okay, geil. Also halt nicht so ein Wartungsaufbau, sondern einen richtigen Kofferaufbau. Hm. Aber warte mal bitte noch. Also mein, mein Ding da, der im LKW sitzt, der schläft schon. Wie? Null. Wenn ich wieder losfahre, dann geht's wieder. Äh, wir essen. Jo, in Folge sind vorbei. Ja, okay. Also liebe Leute, wenn euch die voll gefallen hat, ihr kennt die ganze Phase. Ciao, ciao. Jo, ciao. Jo. Vielen Dank.